Ich lade mich mal ein, Broker. Brocken kannst du mich schieben, wie lange ich das denn hätt. Brocken, ich hab halt Albträume. Niemand will eingeladen werden. Ganz ehrlich, ich als Mutter, ich würd meinem Sohn in die Hinnere hauen, wenn der und die Zeit noch wach wär. Der und die Zeit noch wach wär. Aber echt, ey. Brocken schlapp am Nacken. Uah, Ikea schreibt da einer, das find ich doch schön. Brocken schlapp am Nacken. So viel diskriminiert wird ich noch nie. Bitte nicht abschießen und sag mal bitte ruhig, ich will mal eben was lokalisieren. Lade dich immer bitte ein. Komm, Brocken, lass mich rein. Schick dir nen Kaupen hier rein. Allemal ruhig. Lade mich mal bitte ein. Ich lieb Kinder, ohne Scheiß. Aber jetzt? Ich hab ne. Ich hab ne. Ich hab ne. Ich hab ne. Also bei mir jetzt da ging ich jetzt. Ich bleib bei Ikea. So, gab das für bald bei mir? Ja, ach Gott, jetzt fährt wieder mit nem Schwule Bus durch die Gegend. Ach du, mach mal eine, ich hab auch in Ikea. Ich hab auch in Ikea. Geboren, guck mal wie hässlich. Jawohl, richtig. Ich bleib bei dir. Ja, wer ist denn da? Ja, dann müsst ihr mich einladen. Dann seid ihr mich doch live. Sorry, das geht nicht. Das geht seit 10 Minuten. Ach so, wo du hinfährst. Mensch, Brocken, fährst du mir voll hinten rein oder was? Du musst unter Überspräche gucken und da ist es fast ganz unten. Egal, zieh los, das sind ja keiner. Oh, Brocken, guck mal hier ist der Schulbus wieder. Könnt ihr mal den guten Brocken abdecken? Der Brocken ist ja hinten. Oh Gott sei Dank, bin ich weit weg. Ach so, ich bin Brocken. Ich bin Brocken. Ne, bleib dort hin in der Fing. Ne, ne, ne. Welche Karte gibt's hier? Welche Karte gibt's hier? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich hab Angst. Das ist ein privates Messenherz. Wer bist du denn? Alles gut. Watt, wer bist du denn? Lass mich bitte ein. Komm schon. Shut the fuck up. Lass mich bitte ein. Geh doch, geh doch bitte ein. Geh doch, geh doch, geh doch. Was? Was? Schönes Ding. Oh Joker, lad bitte ein. Mach den Jungen doch, Mensch. Der will ja auch nur zocken. Ja, aber das ist die Uhrzeit. Also, mein Kind wird ihm die Uhrzeit ein Bett bleiben. Ja, da müsst ihr mich einladen. Hört. 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 Ja, also, die Uhrzeit. Also, Johannes Ball hat zwölf. Und, jo. Ja. Guck mal, wie ich das sehe. Ich bin doch auch nur mal ein Spiel. Aua. Äh. Hier hast du das Spiel. Aua. Es geht doch an. Aua. 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 Wir sind das voll. Jawoll, Ikea hat zugeschlagen. Jetzt fang ich auch schon mit der Kacke an. Aua. Aua. Ja, bleib da so schwer, krieg die Ikea. Aua. 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 Jauke, Jauke, hol mich zu dir. Hör mich zu dir. Hör doch mal auf, ich krieg Albträume, ey. Jauke, Jauke, das war die Sache, ne? Ich glaub mein Gehör ist geschädigt. Ich glaub schon, die alle schwer davon. Ja, Kronberger, guter Schuss. Hast du gut gemacht. Danke. Wo ist denn wieder gebrauchen? So, du kommst nicht mehr weg, Dom-Kum. Brogan, komm mal hinter dir. Jauke, Jauke, ist am Kacken. Aber war's richtig dätig. Der Maso hieß. Brogan, wann kommst du sich immer wieder ein Hangout? Doku, joh. Das kann aber super funktionieren damit, eh, geht alles besser. Daratory mit meinem Joker. Ikea, komm mal raus. Gib dir mal Ziele. Gib dann mal Brogan. Ja bitte. Brogan, wo versteckst du dich? Ich kann wahrscheinlich liegen. Ich versteck mich nicht. Ich steh nur da lieben. aber ihr habt ja keine scouts ja doch hinter dir kommt der schulbus hey broken oh nee hau ab ey ach deswegen wo bist du böse hey bro ich hab das kackeschön ja versteckt hey bro ich hab's guck, könnt ihr mich vielleicht mit reinnehmen bro ich hab's versprochen ich mach was für mein schulbus ich hab's gut gekauft was kannst mich als deckung nehmen bro Lalalala Ah, ey, Leute! Links oben! So, Wieskinder! Ja, 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 ja Komm so, Leute! Leck, Rüppi! Habt's doch ne Artis, ey! Hat's total vergessen! Ey! Ich kann gar nicht erwischen! Au, au, au! Leck mich fett hier! Arti, Arti hat mich erwischt! Das war unsere Arti! Unsere Arti! Motor und Piepen Sonst was machen? was Angst! Ikea! Scheissartier Tyran! Pahaaaah! Haaaaah Versuch, wenns bloß die drei Knast gibt Da müssen die Engländer hier wirklich unlebensnestlos Ikea, komm her! ich bin im schweb nach wie schon ich denke mal, das hat mir so weh getan oh, gefailt ja ein bisschen der kann nicht mehr kommen Schuh ist am Busen dann geht hoch SOS, ich bumm so schlecht mir wär ein bisschen Übung recht was? sichst du auf ne Schieße Piste WAH! WAH! HALO! 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 Thomas jetzt bleibt, man hätte auch total ausschnitten oh man das riecht doch gut so broken, da sind wir bei den 18 Weihnachtsfeiern, ne? ja der Kriegschplack oh, E29 yes, der Bock hat er oh, der Fing, ich wollt grad schießen hehehe komm, glaub ich, hinter euch, da hab ich eben was zu überzondern sehen wow oh, der ist hier der E-Tier ist in aller da hat mir die Art hierbei gegeben, und ich bin ja, die U8 ist nicht übel das hab ich gemerkt oh, da ist er deswegen möchte ich Brofen auch rein rein die Skelente vermuten rein drücken hier hier ne, jetzt noch muss der KV in Destron oooh da ist der U8 da ist der U8 lass mich in Ruhe ich hab dir nix getan ja Brofen ist fiffig ja was denn, was hab ich dir getan ja was denn, was hab ich dir getan 1 1 oh, ich wollt den KV 3 killen ah wer bist du denn? was, wer bist du denn? oh, schneller oh, guck mal, der brennt der Schulbus guck mal, der brennt der Schulbus S.O.M. ja, ja da muss eben der KV in Destron kann man es mal mit dem hier auf dem Tal aussetzen wir haben die Kiddy getötet Willkommen, Streiner oh oh okay broken so, ich wüsste was von der französischen ah oh, knapp daneben ist auch vorbei, war das war nix da oh ja, ich hab ne kleine Waage ah ah war das denn Bro? ja, bitte kann man dem T29 eine eine knallen die immer hinter los stehen ja, ich wüsse wenn der gleich zu sehen ist könnt ihr mal den guten Bro klop mal aufs Becken ihr müsst doch mal treffen ja, Leute ja, Leute schau mal, du bist ja A tot T50 mach mal gegen Broken auf ja, ich bin tot sorry was tut du? ich hab ne kleine Frage ja, bitte ja, hier T29 kann den wir hier nach Lärchen machen kack das möchte ich aber nicht haha F1 das war ne T50 tot das war daneben ich kriegst du denn zum Schnellfreude boah, der lost, der bumst da aber rein ey alter Vater broken, wenn ich auf das schieße musst du aber auch stehen bleiben nein hörst du feuer ja, wer sagt denn das? jeder könnt ihr mir irgendeiner bitte ein Skin machen, wo da drauf steht BVB Forever? wat? ein BVB Forever Skin? wo? ja, dat hörst du, wa? dit wollt er hören nein, aber ich hab ne kleine Frage an dich und zwar könntest du mir bitte sowas machen für meinen Panzer bitte so, so schwarz-gelb was? ja, und so ein BVB äh BVB äh äh du kannst du mir einen Schalke 04 äh Panzer machen nein, mach auch nicht nein, ich will nur einen BVB Panzer, damit ich jedes Mal die äh bäh jetzt doch nicht weil ich kenne eine E-Mail-Adresse ich kenne eine E-Mail-Adresse ich hab dich schon wieder mit dem Visier naja, das merk ich das? wie immer jeder hat mich im Visier oh ja, der ist wirklich ich hab dich immer gut guck mal, guck mal, was der Lossi macht schön, macht der Lossi das da jetzt BVB dich zeigt was macht der Rögel schon? er pirscht sich gerade an oh die BVB ganz auf Liste ja, noch nicht ganz ja, Lossi, komm, knall ne weg ach, ich bin von hinten leider von dem scheiß Sieger da erwischt immer ja ja den Arsch na na bitte in dem Popo niemals hat er vorhin auch gesagt niemals in Himmelsdorf los, Mann niemals hat er vorhin in Himmelsdorf auch gesagt niemals ja, Brocken, ich hätte schon wieder mal Phil da kommen können nicht von Los Verraters ja ja ich hab meinen oh ich hab auch noch mal wie der Kronenberger flitzt ja, das ist ein Franzosenpanzel, das ist halt hier na, wer ist denn da? der Brocken können halt gut wegrennen abhalle dich super oh, wer ist hier auch bald? ja, der Tiger an der Kanone scheiße, 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 scheiße scheiße oh, jetzt da folgt nicht jemand nein ha ja der Kronenberg hat ein bisschen Angst, doch das dreht ne Ehrenrunde auch nicht weg jetzt, Abfaller, Abfaller oh, das war knapp vorbei, ich schade schon knapp vorbei ist Adenaer ja das muss man ehrlich sagen ja, Brocken bleibt doch mal stehen ne ne was ist hin, Brocken niemals ich denke, wenn er sagt, Brocken springe, springe in die Bleas, dass der an die Bleas springt bow aber trotzdem, Broirez hat mir was Spaß gemacht, deine Weihnachtsfeier so, aber knapp vorbei ist glacмат jetzt wird's ein normales люди du meine дома ich liebe ein ich liebe ich I wish you a Merry Christmas Oh no! Oh man, nein, Treffnoppel! Ja! Ich will verspenden. Das war übrigens mein letzter Schuss, ne? Oh Gott. Oh Gott. Gleiche wieder. Kann man das auch abstellen? Das ist zwar nichts gegen Weihnachtsmusak, aber wir platzen gleich mal Kopf. Ich glaub ich, das ist der... Pass auf! Das war der Tiger irgendwo broken. Ihr kackt doch die Geschiss! Ja! Ich seh' dich kommen, broken. Broken, mach das nicht! Oh Scheiße! Ja! Aber warum hat die alle so still sind, wenn die Musik läuft? Ich riech! Macht mal alle bei euch den Medo-Playern. Ja, Tim. So, ist ein interesses... Und ganz schön auf Jupom klicken, ne? controlled ункpre Günther Definitiv... ...definitiv... Rückzug! Nööööö, eine Minute nur. Relativ. Praktischer Rückzug. Nah. Da liegt ab! Rechter train! Nein! Pass auf, Rex, der Teufel hol dich. Vollwerfer. Nice. Da kommt der Versagen. Ja, das kann auch nicht sein. und dann noch je restlichen kleinen Dings aber ums das dauern ne 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 muss aus ruhig probier aus ey die Su8 hat immer noch 10 Schuss über ne 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 ja aber die 10 Schuss muss man erstmal treffen können ja die solltest du in deinen 30 Sekunden loswerden können jo hihihi 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 dat willis noch überlebt hihihihi hihihihi hihihihihihi das war das Wurzeln den Hodesack in kaltes Wasser he hihihi ah du klinik wer war das mit der Adi Ich hab euch alle lieb, ich hab euch alle lieb! Du, werdet mich ein! Jetzt aber nicht cool werden hier! Mein Gott, ich steu mal vorbeugt! Ikea, warte! Seid mal aufgeklärt! Zeig dir auch, wie lieb ich dich hab! Jo! Joga, bitte lad dich rein! Joga, bitte lad dich rein! Hahaha! Aber nur mit Felide! Darf ich noch nicht loslassen? So, Digga, Max, fahr mit sammeln! Sag mal, bevor wir jetzt mal solche Sachen schwächen, ist der Fott? Ist Fott? Siehst du noch da, kleiner Junge? Für mich ist der Fott! Ich höre ihn nicht mehr! Also, Rennleiten darfst Joggen! Joggen, lass mich rein! Hallo, Ketowski! Jetzt darfst du noch da! Ja, hallo, Peter! Ah, der Peter will mich schrammen! Ah, Peter! Nimm mal dir! Ey, nimm mal dein Rohrhaus raus, Buff! Oh, ja, dann kann ich! Joga, I'm right behind you! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Komm! Komm! Vibrierter Teil auf! Lauf, Franz Mann! Lauf! 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 Das Wetter ist geil, als gibt sich die Salami in den Sparten! Na! Hey! Ja, das wär... nicht! Nee, 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 nee! Letze! nicht mit dem Metzger und der Salami! Das muss nicht sein! Dann noch an eine fünfköpfige Familie verkaufen, wa? Hey! Ich hab schon nie gespuckt! Oh! Puh! Hey, dann nimmt mich aber eine Haare! Lächste rupen, ne? Ja, ja! Ja! Dann lande ich dir mal gefallen! Richtig durchgeklebt! Ein kranker Bock! Oh, ja! das beste ding was du gerissen hast war bitteschön dass dich die SU gerammt hat bin ich mal dran ey ich schieb mich nicht sorry ey Brocken du hast nur perversen, aber ich find das geil oh der war voll getroffen so der lag eine unserer Ketten ist zerstört wir sitzen fest Brocken ist da wegfahren, die SU 80 ist hier rein ja ich bin gekettet na so, aber bin ein Stefan Rappen ach zuerst hätten wir stehen bleiben ey stopp komm schon D-Max oh sag mal, was ist denn hier eigentlich so dumm ist das hier wir haben gerade kein Schleswig-Grucks oder was was los gucks ja gucks 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 Gott so dumme oh oh ey so Rex, wir haben ja ohnehin recht offen nicht tun ja Rex hier, kann vorhören nicht zu bewegen ne eben nicht das ist dreist ne find nicht da kommt irgendeiner von Hilmitscher wieder oh oh jetzt bleibst du jetzt mal stehen hier ich kenn mal gar nicht da oh da kommt scheiß Amix ey, kein Schaden am Hitz dran ey, du Drecksfranse, da kriegst du aber eine gebums hier oh 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 ach ey schieb mich den den wollte ich noch fertig machen boah Leute aber 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 ja, das war halt schon mal für Arti, ne damit ist 20 ich pass auf, der Dragonfire kommt Bravo 8 bis Charlie 8 ich verzieh mich, ich haue ab, ich haue ab, ich haue ab jetzt geht er fliegen ja du hast Amix 1375 so ab ja ich hab dir grad den Turm weggekloppt kleiner Franze ja richtig so oh hier kommt er gleich besuch das hat mein Opfer mir beigebracht dem Franzen immer die Türme wegschießen ja immer schön von hinten ja also nicht im, wenn, ehrend aber sehrend, ja nicht Käpt'n Leute, weiterfahren den Rest auch noch weg machen oder ich ziehe vor euch bitte wenden bitte wenden ich hab mir so'n Navi im Ohr ja, wenn möglich, bitte wenden nein, ohne Keller für die Brogan ernten oder 400 aha, schöne Info toll, ganz für dich nein, nicht mit Käpt'n komm, fahr'n ausm Cap raus, unverheilig wir schmeiß' dich dazwischen, wenn ich das anschieß' ok ja, da war Schmidt komm, fahr'n mal ausm Cap raus da die Fahrkarten bitte ich kann auch die Capp'n raus, gar kein Ding ja, dann die Capp'n dir die, Alter meint nicht ausm Cap fahren zu müssen ich mach' jetzt mal Team Beschuss, ne ja, warte ich will die ich will den kleinen Treffen ja, dann fahr'n raus ausm Cap ja, hier nicht Käpt'n nicht Käpt'n nicht Käpt'n ja, denn da könnte die ganze Armada hier boah, scheiße komm, aus Cap raus geht denn ab aus dem Weg, ey ich will so farb'n jetzt eigentlich wieder ein Käpt'n hier ha, doch nicht ne gekriegt ja, dann gekäpt'n oh, doch, dann gekäpt'n ja 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 ja